In den Gewichtstätten werden wir regelmäßig bedroht von Neonazis, von Rechtsextremen. Das schüchtert uns aber nicht ein, sondern wir werden weitermachen mit unserer quellengestützten, wissenschaftlich basierten Auseinandersetzungen mit den nationalsozialistischen Verbrechen. Die sind grundlegend für unsere demokratische Selbstverständigung. Wir werden dem Geschichtsrealismus, dem Hass und der Hetze weiterhin demokratische, historisch-politische Bildungsarbeit entgegensetzen, dass hier so viele Menschen stehen und sich für Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft einsetzen. Das macht einen vom Nied und ist ein wunderbares Zeichen.